ja gell Tobi, cleverer Junge, so, oh Gott, einfach das machen was draufsteht, so, ähm, bitte, bitte, wie komme ich da hoch, wahrscheinlich müsste ich da gar nicht hoch, aber das ist eine Mauer und das sieht so aus, als wäre da eine Treppe und ich will da hoch, ich glaube, ja, ich glaube, da kommt man gar nicht mehr hoch, so, dann geht es hier wohl weiter, ah, da ist wieder was rotes, das können wir wieder zerstören und schön machen, ah, nee, das ist gut was macht denn jetzt mein Kumpel was hat er gerade gemacht ich glaube, ich muss da rein oh, oh hier gibt es ein paar Pflanzen schön, wir schauen mal kurz, was es da noch alles gibt so, das ist eh ein Gebiet hier so oh, hier ist eine fette Kugel da ist eine fette Kugel warte was gibt es da, ah, das muss ich auch noch aktivieren hier muss ich ziemlich viel aktivieren mhm, ups ähm, hier lieber execute, auch äh, rap aber in eine ganz andere Richtung Gamer Musik hauptsächlich oder Kontroll, okay, da singt so über Probleme von Menschen z.B. über Geldgeilheit, oh, okay, den z.B. kenne ich, äh, gar nicht aber, ja an sich, ähm, höre ich, ähm, ja, an sich höre ich alles bis auf so, schlager muss ich, und äh, so rap höre ich auch eigentlich eigentlich zu 99% ähm, äh, amerikanischem Rap oh, was macht sie? was macht sie? was macht sie? was macht sie? oh warte ich, ich muss mich beeilen nicht, dass, äh, das jetzt alles überschwemmt und ich nicht mehr in die Höhle kann das wäre natürlich doof oh danke, schnell, schnell, schnell schnell, äh, komm mal okay, okay, das, das steigt wirklich nicht viel gut so so genau oh 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 den, den Stil von dem Spiel erfahre ich gerade wirklich so schön also gerade, die ganze Zeit so so oh da geht's dann auch später rein oder gleich so oh okay, hier ist gar nichts hm die Frage ist jetzt, ob ich hier unten was machen kann soll, darf, muss oder ob ich einfach wahrscheinlich muss ich was machen, weil wieso sollte ich denn sonst hier alles überschwemmen was hätte das bringen sollen ah, ich komm da rein äh, kannst ja mal anmachen, Tobi äh, mal schauen, ob du das magst ähm ja, das ist ja beim Stream schwierig, ne also ich bin da jetzt äh, ein bisschen vorsichtiger irgendwie Copyright geschützte Musik anzumachen weil da gab's ja ich glaube das war April, Mai, Juni sowas äh, gab's ja diese richtige äh, ich sag mal Hetzjagd oder so ähm, bei den Streamern die halt äh die ganze Musik eben also im Hintergrund also laufen haben lassen und da gab's ziemlich viele Strikes und so und äh deswegen äh ich hör's mir mal an aber lieber nicht im Stream da weiß ich auch nicht ganz genau wie's jetzt, ob's jetzt äh wieder verbessert wurde oder äh, also verbessert, also ob's jetzt wieder ähm äh im Lot gekommen ist oder ob's immer noch so krass ist das ist halt das Ding, ja manche Streamer hören jetzt wieder ganz normal die Musik und manche hören nur ihre Musik also die copyrightfreie ähm Musik und irgendwie denke ich so die haben die wissen auch nicht ah da ist er äh was jetzt genau da los ist sooo ah nein, naja äh also wegen Musik ähm ich hab ja früher äh Breakdance gemacht und äh dementsprechend äh wisst ihr glaub ich äh welche Art ich früher gehört hab also so Mixes und äh ähm Hip Hop und sowas halt genau das war früher auch die guten alten Zeiten ähm ist auch echt schade dass, dass man sowas nicht mehr machen kann hm sooo wo sind denn hier Blümchen? ich will Blümchen haben auch noch ein ein eine Aufladung ähm hier sind Blümchen hier sind Blümchen super sooo ok gut, dann wieder aufladen sooo die Bilder sind sooo schön also das ist äh total abstrakt aber man versteht irgendwie schon was gemeint ist voll cool zuerst anbeten und dann ist er weg und alle trauern irgendwie so gut ähm Excel hat glaub ich ähm mal gesagt dass es in Ordnung ist wenn es im Hintergrund läuft ja naja das Problem ist ähm dass viele also dass viele es nur im Hintergrund äh haben laufen lassen also und da kamen die ganzen Strikes und das Problem war ähm du kannst hier also das mache ich ja auch äh die Videos so paar Wochen lang speichern ähm damit die die eben nicht zuschauen konnten beim streamen dass die das halt nach nachholen können und ähm das war fast äh zu spät ähm oder zu früh genau und äh wenn du irgendwie drei Strikes hast dann wirst du gebannt von Twitch und ähm ähm uh das das war knapp genau dann wirst du hier gebannt und äh wenn du eben in drei deiner Videos die du gespeichert hast ähm nein verdammt verdammt äh ja bin ich gut ähm die genau in drei deiner Videos in deinen gespeicherten Videos irgendwie copyright geschützte Musik hast dann wirst du halt dreimal gestriked also automatisch und dementsprechend äh gab es da sehr viele Probleme da muss irgendwas rein oder beziehungsweise beziehungsweise es wurde sehr viele ähm Streamer auch gebannt sogar ich weiß jetzt nicht äh was daraus geworden ist aber ich ich kann mich mal informieren ja ja genau kann ich da jetzt durchgehen ne das das ist nur noch ok dann lassen wir das wollen also ähm wie gesagt ich informiere mich mal und ähm genau dann können wir ja schauen aber äh so die die Anfangsmusik und so weiter und äh wenn ich mal bei in der Pause bin ist ja alles copyright freie Musik die ich da benutze und äh ja da bin ich halt lieber auf der sicheren Seite ne äh ich meine ich bin ja ein winzig kleiner Streamer aber also dementsprechend wäre es mehr oder weniger egal ob ich äh gebannt werde ah da ist er ok ähm aber ja ich ich nein ich weiß trotzdem nicht nein 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 warte auf mich oh ja ja und jetzt äh wohin verdammt gut nochmal nein oh bam Tobi hüpfen hüpf Tobi hüpf 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 wiii macht schon Spaß ah genau ich ich muss noch äh bei ähm Instagram und so weiter ähm posten das ähm das ähm das gerade auf Steam komm an der konkurative Euro für nur 3 Euro zu kaufen ist das ist halt richtig geil äh so kann ich nur dahin ich glaube ich kann nur dahin ja ok wo ist er 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 wieso ich 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 kann nur da hin ich bin da irgendwie sofort wieder weg ich bin da irgendwie sofort wieder weg nein ich gehe jetzt einfach so hoch es geht echt schnell vor allem wo muss ich denn da lang also ich komme quasi aus dem Turm okay ich komme aus dem Turm so aber hier ist nichts ah hier bitte 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 hat es gereicht ja oh Gott das war das war echt das also wow ja so wirklich close wieder auf land so 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 also so 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 okay hier oben okay das muss ich dann mit dem fleisch machen so da brauche ich nur noch den wenn ich da unten bin dann komme ich wieder hoch ja hier durch ok bringe ich da hoch wahrscheinlich aber wieso was würde ich hier was würde ich da oben was bin ich hier vielleicht muss ich später wieder raus interessant angeblich gibt es vier zuschauer man wegen dem chat habe ich jetzt nicht bin ich jetzt nicht gesprungen wieso angeblich also man muss ja nicht schreiben wenn man zuschaut das mache ich auch selten ehrlich gesagt also ja also ich schreibe schon viel das stimmt wenn ich ja beim streamer zuschauer aber manchmal schaue ich einfach so zu man muss ja nicht immer schauen so aber warum warum kann ich da hoch schau ich mal später weil da oben ist ja nichts da unten was ist das denn war gut dass das wasser noch so heile bleibt was ist das denn okay der hat jetzt gespeichert das heißt hier ist quasi okay nur der stab wahrscheinlich aber wo ist wo ist der stab ist der stab 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 bestimmt da unten oder ja vielleicht da hinten ja das glühwürmchen ist ja da im haus so gut dann hole ich mir mal den stab so dann bringe ich es mal kurz dem herrchen und dann gehen wir ins nächste kapitel okay nice und dieses flaschen ist so cool ups schluck auf gerne doch doch digger so ui okay was ist das jetzt für eine ekelhafte schwarze pampe oh god ehhh das ist ein bisschen seltsam ich glaube das ist so nicht ganz natürlich wie geht soll das so ah tschuldigung ich lach schon ah hier kann ich was machen ok dann springt mal hier hoch das war knapp tja ich bin halt gerade nicht mehr aufgeladen schaffe ich das trotzdem ja sehr schön oh god oh god ja ich muss mich hier mal aufladen ich werde flaschen hui 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 ah wer fehlt besser soo verfluchte eingeleidete was ha 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 oh god wow alter will ich hier rumgeschleudert werden ah da ist ein da ist ein stab gut dafür brauche ich wieder plümschen äh was kann ich damit machen ah da oben ok ok alles klar aber aber ich brauche wieder blumen und hier hinten da oben sind sehr schön da wo ich hingehe äh ist so roter staub seht ihr das das ist voll interessant warum ist das so was passiert mit mir da muss ich ja lenken ok dann muss ich ein bisschen weiter rechts ja ok oh hui äh äh nee Tobi du hast den Flash hehehe benutze ihn gut äh nein das nein oh das ist ja schwer das ist ja super schwer ich dich nochmal hin ich ich äh ziel zu weit nach nach rechts ok sorry du musst dich nochmal schlafen ja 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 fasziniert was habe ich jetzt gemacht wird da oben angemacht wird da oben angemacht mit b ich wo Untertitelung des ZDF, 2020